Herzlich willkommen zu unserem ersten Video im Online-Kurs Kompetenzorientiert Lernen und Prüfen. Das erste Thema ist Constructive Alignment. Constructive Alignment ist weltweit an Hochschulen in Gebrauch. Der Begriff wurde geprägt von Bix und Tang in dem Buch, das Sie hier sehen und das sehr empfehlenswert ist, wenn man sich vertieft mit kompetenzorientiertem Prüfen beschäftigen möchte. In Lehrveranstaltungen, die nach dem Constructive Alignment geplant sind, formulieren Lehrende ein Ziel, stimmen darauf die Lernprozesse ab, die die Studierenden zu diesem Ziel führen und prüfen, ob dieses Ziel erreicht wurde, in einer fairen, transparenten und aussagekräftigen Prüfung. Das klingt plausibel, wird aber oft nicht gemacht. Dann reden und arbeiten Lehrende und Studierende aneinander vorbei. Wir schauen uns in diesem Video an, welche Missverständnisse über Lehren und Lernen dazu führen und entwickeln eine Perspektive darauf, wie sie ihre Lehre konsequent so planen können, dass in guter Zusammenarbeit mit den Studierenden langfristiger Kompetenzerwerb möglich wird. Was genau bedeutet das nun, Lehre und Prüfung aufeinander abzustimmen? Lehrende und Studierende arbeiten aus unterschiedlichen Perspektiven auf Ziele hin. Lehrende wünschen sich gute Absolventinnen und Absolventen, Problemlösekompetenz, Innovation, also das, was wir meinen, wenn wir von Expertise sprechen. Schauen wir uns kurz an, wie Expertise definiert ist. Michael Polanyi, der als erster das Konzept des impliziten Wissens beschrieben hat, formuliert das so, we know more than we can tell. Oder komplexes, implizites Wissen ermöglicht eine fast mühelose, intuitive Prozesssteuerung. Und das bedeutet, wenn es kompliziert wird, blühen Expertinnen und Experten auf. Der Weg dorthin war lang. Erinnern Sie sich, wie sich das damals angefühlt hat? An die vielen Umwege, die vielen kleinen und irgendwie banalen Schritte? Wissen Sie noch, wie das war, in einem jahrelangen Learning by Doing Expertise zu gewinnen? Studierende sind da ganz anders. Die meisten von ihnen sind neu im hochschulischen Lernen und im jeweiligen Fach. Sie haben also noch keine Erfahrung mit akademischer Expertise. Studierende sind Novizinnen und Novizen. Wenn es akademisch wird, komplexe, offene Fragen, spannende Probleme, neue Methoden, dann fühlen Novizinnen und Novizen sich oft überfordert. Sie kennen bisher eher Oberfläche statt Tiefe, beschäftigen sich mit Einzelteilen statt mit Vernetzungen und suchen Sicherheit statt Kreativität. Sie sind schlichtweg noch nicht akademisch sozialisiert. Das ist auch in Ordnung so, deswegen studieren sie ja, um das zu lernen. Viele Novizinnen und Novizen kommen also an die Hochschule, weil sie später mal einen guten Job wollen. Konkreter können viele noch gar nicht formulieren, warum sie studieren. Oft kommen sogar Fehlkonzepte oder Klischees über die Fächer hinzu, die erstmal entdeckt und durch passendere Vorstellungen ersetzt werden müssen. Zugegeben, das ist hier ein bisschen überspitzt. Aber dennoch kann man sagen, häufig gibt es zwischen Expertinnen und Experten und Novizinnen und Novizen eine große Fremdheit. Um diese Fremdheit zu überwinden und ein Hineinwachsen ins Fach und ins Akademische zu ermöglichen, müssen lehrende Brücken bauen. Solche Brücken bestehen aus sinnvollen Lernschritten auf dem Weg in die Expertise, sie bieten also vielerlei Gelegenheiten zum Ausprobieren und Erfahrungen machen, eben zum Learning by Doing. Allerdings, Expertinnen und Experten sind häufig vom novizentauglichen Anfängerlernen schon so weit entfernt, dass es ihnen schwerfällt, Lernschritte zu planen. Oft wird dann das sogenannte Grundlagenwissen in volle Folien gepackt und in Klausuren abgefragt. Wie langweilig, dafür soll Expertise gut sein? Aber Vorsicht, denn die Studierenden orientieren sich an der Prüfung. Und wenn die Prüfung auswendig Lernen erfordert, tun Studierende alles, um das effizient zu bewältigen. Sie legen sich das Skript unter das Kopfkissen, pauken kurz vor dem Prüfungstermin und vergessen kurz danach alles wieder. Und sie sehen wenig Sinn darin, sich mit den mühsamen, offenen Fragen der Expertinnen und Experten zu befassen oder gar selbstständig neue Fragen zu formulieren. Auch dies ist ein wenig überspitzt. So ähnlich kennen das aber viele Lehrende. Und die Praxis zeigt, Prüfungen werden allzu schnell zu einer Art Störfaktor. Die so oft gestellte Frage, kommt das in der Prüfung dran, legt dieses Missverständnis offen. Für viele Novizinnen und Novizen bedeutet Lernen, sich ohne wirkliche innere Beteiligung Stoff drauf zu schaffen und ihn schnell wieder zu vergessen. Die eigentlichen Ziele der Lehrenden bleiben unerreicht. Aus Sicht des Constructive Alignment liegt das nicht daran, dass Studierende schlichtweg unwillig sind, sondern es entsteht ein Zusammenspiel aus nicht alleinter Lehre und einer störend konstruierten Prüfung. Legen Sie Ihrer Lehrkonzeption die Idee des Constructive Alignment zugrunde, dann formalisieren Sie Ziel und Prüfung genau so, dass Auswendiglernen und Passivität im Laufe des Semesters keine hilfreichen Strategien mehr sind. Stattdessen nutzen Sie die Orientierung der Studierenden an der Prüfung für ihre Expertiseziele. Denn die Prüfung prüft dann genau die Kompetenz, die im Ziel formuliert ist und kann nur so überhaupt eine Aussage über die Leistungsfähigkeit der Prüflinge machen. Idealerweise haben Sie dann eine gute Ausgangslage dafür geschaffen, dass die Studierenden genau das lernen, was ihnen wichtig ist. Sie reden nicht mehr aneinander vorbei, sondern ziehen am selben Strang. Kommt das in der Prüfung dran, wird ein spannender Gesprächsanlass.